Hallo liebe Leute, hier bin ich mal wieder, Brigitte Fuselier mit meinem kleinen VR-YouTube-Kanal. Heute von Olivers Taverne hier in Nueva Colombia. Da haben wir gerade ein wundervolles Mittagessen, die beste Zwiebel, super aller Zeiten. Ein Genuss immer und jetzt ist er gerade da und hat mir einen Zettel gegeben, wo er jetzt kurz vorlesen wird, der Oliver. Um was es da morgen Abend gibt, ist allgemein Einladung für Paraguayer wie für Deutsche. Es gibt ein tolles Festival morgen Abend zum Frühlingsanfang. Was ist da morgen alles Schönes da, Oliver? Ja, hallo an alle, die uns hier hören. Morgen habe ich für den Tag des Frühlings und der Jugend am 21. September eine Live-Band angeladen, die hier bei mir im Lokal lateinamerikanische Musik hauptsächlich spielt. Zum Tanzaufruf, das geht ab 17 Uhr los. Wir haben hier natürlich die besten kalten Getränke, wir haben Eisshakes, Milkshakes. Eintritt oder kostenlos? Kostenlos ohne Eintritt. Wenn es möglich ist, kann man eine Reservierung machen für die Tische, aber eigentlich müsste es genügend da haben. Ja, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, liebe Leutchen, das ist Oliver. Wenn man hochfährt, von unten die Strecke Lucke-Samberg, kommt der Berg hoch, fährt nach Nürnberg-Columbia. Auf der rechten Seite, viele Leute kennen es ja beim Oliver. Und da gibt es ja auch die tolle Menü immer und alles durch die Bank. Also wirklich Leute, ihr werdet es nicht bereuen. Kommt morgen zahlreich zum Oliver, der wird es euch bestimmt ganz gut gefallen. Und wenn einer mal deutsche Küche probiert, dann gibt es auch ganz tolle deutsche Küche hier. Alles möglich zum Auswählen und wirklich zu sehr humanen Preisen auch. Also macht es gut und morgen erwarten wir euch hier beim Oliver am Abend dann. Servus!